So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Info-Folge Pokémon Go. Normalerweise wäre heute Raid am Mittwoch dran gewesen, aber komm, das verschiebe ich wieder auf Donnerstag. Ich nehme es heute noch auf am Mittwoch, ich verspreche es euch, diesmal wird es eine Raid am Mittwoch-Folge geben. Nicht wie letzte Woche, da haben wir es ausgesetzt, weil so wenig Einsendungen da waren. Diese Woche gibt es Raid am Mittwoch, aber halt am Donnerstag. Denn News sind immer vorrangig und News gibt es ja sowieso. Und ihr wisst, bald kommt die Abenteuerwoche und viele Leute waren enttäuscht von der Abenteuerwoche, weil sie gesagt haben, es gibt kein neues Shiny, es gibt keine neuen Pokémon. Es ist dasselbe Mist wie jedes Jahr, langsam wird es langweilig, die Boni nehmen immer mehr ab. Ich habe euch gesagt, die Abenteuerwoche bietet mehr, denn es ist ja schon im Kalender abzusehen, dass die irgendwie so drei Teile hat. Der Start der Abenteuerwoche, ab der Mitte der Boost der Abenteuerwoche und am Wochenende der Ausklang der Abenteuerwoche mit einem Crypto-Raid-Wochenende. Jetzt gibt es die News dazu und ihr seht hier auch, Team Go Rocket übernimmt die Abenteuerwoche in Pokémon Go. Giovanni steht da, wir sehen hier Galapafloss, wir sehen Flaptarix als Krypto-Pokémon. Hinten ist Krypto-Lukia, da ist Kreselia. Hm, was hat das jetzt alles zu bedeuten? Abenteuerwoche, Übernahme. Donnerstag, der 8. August, 0 Uhr bis Montag, der 12. August, 23.59 Uhr. Finde die Übernahme in der Abenteuerwoche statt. Die startet ja schon vorher, da haben wir ein extra Video dazu gemacht. Aber ihr wisst, so eine Rocket-Übernahme, meistens kannst du da Frustration erlernen. Es gibt mehr Rocket-Rübel, es gibt eine Spezialforschung mit Giovanni. Oder rätseln immer, was wird er denn für ein Pokémon kriegen oder was kommt dann in die Raids. Jetzt wissen wir es. Leider ist es Krypto-Kreselia, womit man ja eigentlich, naja, nichts macht. Obwohl gut, Kreselia ist glaube ich gut in der GBL, in der Krypto-Variante, weiß ich jetzt nicht genau. Ich fand es immer kacke, wenn ein Krypto, ach, wenn ein Kreselia kam. Das hat dann immer Strauchler gemacht. Ich habe immer ein Labras gehabt und dann ging das Licht aus. Rettet Krypto-Kreselia. Zu Beginn des Events gibt es eine neue Spezialforschung. Hier gibt es einen Super-Rocket-Radar. Dann könnt ihr Giovanni aufspüren und eben Krypto-Kreselia bekommen, exklusiv von Giovanni. Ich empfehle euch trotzdem weiterhin, macht es an Pokestops und nicht im Rocket-Ballon. Klar, wenn ihr diesen Super-Rocket-Radar aktiviert und der nächste Ballon, der auftaucht, beinhaltet Giovanni. Ich habe schon so oft von Leuten gehört, die haben gegen den gekämpft, dann hat sich die App irgendwie aufgehangen. Die haben neu gestartet und dann war der Ballon weg. Der fliegt dann einfach weg und dann habt ihr gar nicht die Chance, das Teil zu fangen. Wenn ihr natürlich Giovanni an einem Pokestop findet und besiegt und die App sich aufhängt, ihr habt komplett den ganzen Tag Zeit. Der ist 24 Stunden lang im Prinzip an diesem Stop dran. Könnt ihr nachträglich einfach das Spiel neu starten, könnt ihr an den Stop und könnt es dann einfangen. Also ich würde es immer an einem Stop machen, damit es keine Probleme gibt. Krypto-Lugia. Rettet Krypto-Lugia. Krypto-Lugia erscheint erneut bei Krypto-Rades in Pokémon GO. Heißt, ich glaube ich müsste auch schon eins haben. Apex-Lugia ist natürlich noch cooler als das normale Krypto. Hier gibt es also das Raid-Wochenende, Samstag, 10. August und Sonntag, 11. August. Da kommt das Teil in Raids der Stufe 5. In der Zeit gibt es kein Krypto-Zuikun. Also auf jeden Fall Krypto-Lugia besser als Krypto-Zuikun. Da müssen wir uns nichts vormachen. Kann natürlich auch schillernd sein. Das ist cool. Die wenigsten werden nämlich ein Krypto-Lugia in Shiny haben, weil, ist das sogar neu, das gab es, ich glaube das gab es bisher gar nicht. Nur nochmal mal aus einer Forschung und dann vielleicht mal kurz in Raids, aber ich glaube Shiny konnte das noch nicht sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir Krypto-Lugia in Shiny bekommen können. Natürlich Event-Boni, die Rockets erscheinen häufiger aus Ballons bei Pokestops. Also es erscheinen häufiger Ballons, mehr Pokestops werden eingenommen. Ihr könnt Frustration verlernen, das ist eigentlich immer das Schmangerl. Deswegen muss man sich auf die Abenteuerwoche freuen, weil man Frustration verlernen kann. Und viele Leute ihre Kryptos immer horten und warten und warten und warten, bis endlich so eine Übernahme kommt, da sie diese Frustration wegmachen und die eben richtig starke, sinnvolle Attacken beherrschen. Meistens wechseln dann auch die Pokémon von den drei Rocket-Bossen. Sierra, Cliff, Alo steht hier auch dabei. Auch die Rübel kriegen dann wieder andere Pokémon zugewiesen. Hier sind jetzt drei aufgeführt. Sind das jetzt die drei, die auf die Bosse verteilt werden? Oder haben die Bosse wieder andere? Und das sind nur Beispiele von den Rübeln. Das erschließt sich mir jetzt nicht aus dem Text. Hier steht aber dabei Krypto-Flapterix, Krypto-Galabaflos und Krypto-Praktibal. Praktibal. Während Galabaflos und Flapterix auf dem Bild oben zu sehen waren, Praktibal war oben nicht zu sehen. Finde ich aber am interessantesten von denen, weil Praktibal, Meistergriff, ist einfach ein richtig geniales Pokémon mit seiner dicken Nase, mit den Holzbalken, die er da hat. Und den als Krypto, das wird schon fett. Müsste ja eigentlich sogar ein besserer Krypto, also ein besserer Kampfangreifer sein als Maromai. Und ich, Idiot, habe mir eine Maromai-Armee jetzt hergeholt. Jetzt bräuchte ich eine Krypto-Meistergriff-Armee. Aber ja, das wird wahrscheinlich nichts. Krypto-Raids. Neben dem Fünfer habt ihr natürlich noch kleinere Raids. Wenn ihr sagt, ihr setzt sowieso vermehrt auf Krypto-Pokémon. In Raids der Stufe 1 gibt es dann Krypto-Woldilam, Krypto-Felino, Krypto-Cognodon, Krypto-Schilderus. Krypto-Cognodon finde ich hier ganz gut. Gut, eben als Gesteinsangreifer, ihr wisst, ich achte ja mehr auf Raids dann als auf GBL-Sachen. Krypto-Raids der Stufe 3 haben wir Krypto-Planas, Krypto-Voltenso, Krypto-Vibrava. Ja, Voltenso, könntet ihr euch vielleicht ein Hundertermaler lösen, wenn ihr da ein gutes Exemplar rauszieht, Mega-Entwicklungen machen und so weiter. Ist bei Woldilam aber dasselbe Ding. Und ansonsten, ja, Schilderus ist wieder in der GBL irgendwie interessant. Ist auf jeden Fall genügend Auswahl dabei. Und ich finde, das werte das Event dementsprechend auf. Belohnungen für Feldforschung. Hier gibt es auch, wenn ihr Feldforschung gemacht könnt, könnt ihr wieder sofort-TMs, Lade-TMs, mysteriöse Teile abstauben. Es wird Pokestop-Showcases geben, wie gefühlt fast immer. Es gibt ein Bundle im Web-Store, was ich ja sowieso mir nicht kaufen kann, Free-to-Play, und mir keiner schenken kann, weil es im Web-Store ist. Das ist aber cool, weil das sind auch sieben Premium-Pässe. Dafür kostet das Ding natürlich zehn Dollar, aber es sind sieben Premium-Pässe drin. Schade, dass es das nicht als normales Ticket gibt. Das wäre cool gewesen. Es gibt noch ein Event-Bundle hier für 315 Poke-Münzen, wo auch Brutmaschine, Rocket-Radar, Premium-Kampf-Pass drin ist. Würde mich aber nicht interessieren. Für mich wäre nur der Kampf-Pass interessant. Und den kriege ich ja so für, wie viel kostet der eigentlich mittlerweile, 150 Poke-Coins, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall gestern schon mal fürs Wochenende, da kommt ja Mega-Raiquaza nochmal in die Raids. Ich habe geguckt, ich hatte 800 noch was Coins. Ich habe mir für 750 Coins diese Raid-Box geholt, wo zehn Raid-Pässe drin sind. Das heißt, ich kann am Wochenende trotzdem versuchen, versuchen, irgendwie ein paar Raid-Quaza-Raids zu machen, noch um XL-Bonbons zu holen und so weiter. Das ist aber dieses Wochenende und die Krypto-Übernahme, die findet ja dann gefühlt die Woche drauf statt, mit den Krypto-Raids, mit Krypto-Lugia. Da ich da dann wieder keine Pässe habe, kann ich natürlich nicht viele Krypto-Lugia-Raids machen, aber die gehen jetzt erstmal alle in das Mega-Raiquaza. Ihr könnt ja Krypto-Lugia-Raiden bis zum Umfallen. Ich weiß noch, Dortmunder-Dottbus, äh, Dortmunder-Raidbus, so. Der Dortmunder-Raidbus damals war legendär. Ja, das hat Spaß gemacht, aber die Zeiten sind leider vorbei. Wenn ihr Bock habt, schreibt es mal rein. Freut ihr euch jetzt auf das Event? Ist das ein Schmangerl? Werdet ihr Frustrationen verlernen? Habt ihr wieder gesammelt? Was sind eure Ziele? Was freut ihr euch besonders? Seid ihr auch so praktisch-Balk-Liebhaber wie ich? Dann schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. So.